Guten Tag, gerade vom Wald. Wir senden wie immer live aus dem Theodor-Heuss-Gymnasium unser Thema heute wir selbst. Wir legen den Grundstein für Superhelden und Akrobaten. Den Overhead-Projektor suchst du bei uns übrigens vergeblich. Richtig cool, wir lernen mit modernen iPads. Wir sind kreativ und lernen die Vielfalt in jeder Hinsicht. Das Theodor-Heuss-Gymnasium stellt aber nicht nur unserem Wissenshunger, auch sonst sind wir hier gut versorgt. So, wir machen jetzt eine kurze Pause. Ich bin gleich wieder für euch da. In unserer Mediathek findest du eigentlich so ziemlich alles, außer die Lösungen der letzten Klassenarbeit. Wir dürfen uns ausprobieren mit Wissenschaft, die Wissenschaft. Der große Sportplatz kann sich aussehen lassen, finde ich. Und die hauseigene Turnhalle gibt es ja zusätzlich auch noch. Und übrigens, das bin ich. Live für euch auf THG FM.